aber ich denke mal so viel fairytale werde ich jetzt nicht spielen Speicher-Opa was ist das das ist die Heilung ist das da egal das würde ich nicht machen das ist nämlich nicht wichtig jetzt machen wir diese Quest hier mal das ist auf jeden Fall eine Duell-Quest und wir können rätseln wen wir jetzt als Gegner bekommen und ich mache immer jetzt die neuesten Quests und nicht mehr die alten weil die alten ich denke mal wir gehen storytechnisch weiter wenn wir die neuen immer machen die alten mache ich nur wenn wir halt keine neuen bekommen und ich denke mal Ähm, das wollte ich nicht. Das wird mir jetzt zum Verhängnis. Nee, Spaß. Wir schauen das trotzdem. Die schon wieder. Wer sind die? Ah, falscher Knopf. All right, ciao. Alter, wuhh. Ich habe nicht aufgepasst. Ich wollte mich heilen. Ich möchte mich nochmal wieder. Was ist das? Schitter! Okay, der erste ist down. Nice. Sharkbiter? Machst du hier einen Haifisch? Angriff oder was? Nein, ach komm. Ist nicht dumm. Ja, down. Ach man. Stream, please. Na ja, ich würde sowieso bald aufhören. Von daher... Kein Wunder, das ist Solect! Mann! Ich lade nichts runter, gar nichts. Was ist hier los? Vorhin liegt das noch so flüssig. Boah, na super. Na ne, so kann ich nicht streamen. Was ist hier los? Warum... Meistens eigentlich nur wenn ein Download läuft oder so ist das so. Ich glaube mein... Hä? Mein Stream ist ja ziemlich weit hinten. Ähm... Ne. Ich muss auf dieser... Ich muss... Ach, ich kann nicht mal Pause drücken. Ernsthaft? Ich muss hier Gegner töten. Dich muss ich wirklich töten? So, dann beende ich den Stream an dieser Stelle. Ähm... Nehme aber noch weiterhin auf. Für YouTube. Zumindest bis zu einer bestimmten Stelle. So. Ich hoffe ich werde nicht angehören. Kann ich nicht pausieren oder so? Ach komm, die Mission mache ich erst mal zu Ende. Da muss ich mich durchquälen. þv ekk bien. Die FC gar nichts? Boom, nå weh! Bra ее! Chack! Mein Stream bleibt nicht konstant. Das nervt mich gerade. Das nervt mich richtig. Etwa gestern schon so? Häut tensor schon wieder? VBye K followed som gerade Åtода? Ah, das ist furchtbar. Technik mag mich nicht. Okay, hier ist nichts. Äh, kann ich hier trotzdem durch? Ja! Dann ist wohl auf der anderen Seite der Boss. Na wartet mal, ich mach es anders. Äh, das ist ein fucking Drache! Ja, das ist ein fucking Drache. Alter. 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 Nein, nein, nicht in die Richtung. Boah, was ist denn... Ach komm, fick dich! Scheiß Drache! Ich stampf dich zu Tode! Oh, ich darf hier noch nicht mal so oft sterben. Seh ich grad. Das heißt, ich muss aufpassen. Näh, das funktioniert einfach nicht. Ah, das ist doch scheiße! Mann, mein Anbieter ist der größte Müll überhaupt. Und das Problem ist, 1 und 1 ist leider momentan wirklich das Beste. Und das ist traurig. Und das Problem ist, 1 und 1 ist leider momentan wirklich das Beste und das ist traurig. Ich weiß noch nicht mal, warum das jetzt so krass leckt. Ne, 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 ne. Gibt's hier nicht irgendwo einen Gang rein? Ne. Hier gibt's nämlich nur diese Hülle. Es hat zwei Eingänge gegeben, ne? Ich seh nur diesen. Schweinerei. Ach, Mann! Es rächt mich grad tierisch auf, wenn ich dann nur KBS 920 zum Beispiel lese. 32. Es ist, es ist, es ist trittig. Ach, was ist denn? Greif ist kein... Ich weiche nur aus, weil ich den... Willst du mich verarschen, du scheiß Drache? Oder was auch immer. Ah, verdammt! Kannst du mal aufhören damit? Kannst du mal aufhören damit? Kannst du mal aufhören damit? ... Die ganzen Trash-Maps nerven dann auch noch... ... ... Das war's für mich. Das war's für heute. So, und da ich gerade 0 KBS habe, werde ich jetzt den Stream einfach beenden und jemanden hosten. Die auf YouTube haben dann mehr Erfolg, also mehr Glück. Die sehen, dass dann ich hasse es gerade. Okay, dann verabschieden Sie sich im Stream, danke fürs Zuschauen und man sieht sich auf YouTube. So ätzend, wenn die KBS nicht mitspielt und ich weiß, dass das bei Final Fantasy nicht der Fall war, dass das problematisch war. So, ich höre sowieso gleich auf. Ich habe irgendwas freigeschaltet, glaube ich. Egoi. Wir haben noch drei neue Quests. Die Quest erledige ich noch und dann verabschiede ich mich auch komplett. Also, wenn ich den Pad auch für YouTube und höre auch auf, aufzunehmen. So, hier haben wir nur eine Mission, so eine einfache. Und zwar einen bestimmten Gegner wahrscheinlich wieder platt machen. Ich habe immer wieder. So, der hat sich verpisst. So, einmal im Kreis laufen. So, der hat sich verpasst. Das war's für heute. Oh, er haut ab. Ich kann ihn nicht mehr verletzen. So, wo ist er? Er ist fast tot. Willst du mich ver... Okay. Erstmal orientieren. Ich bin der rote, nicht der blaue Strich. So. Ach, f*** dich doch. Warte, da kann ich eh nicht verletzt werden. Okay. So, das war's. Die Mission beendet. Ähm... Ich denke mal auch, dass ich das Spiel wahrscheinlich nicht mit euch durchspielen werde. Da ist mir hier an Storypad. Ich werde natürlich weiter aufnehmen, aber wahrscheinlich werde ich es dann doch irgendwann komplett sein lassen. Ich werde es nämlich pausieren nach diesem Monat schon allein. Weil ich Platz brauche für andere Spiele. Wie Destiny. Zum Beispiel. Destiny 2 müsste ja eigentlich... Weil das dann also in dieser Part rauskommt, ist Destiny 2 schon fast da. Ich werde noch beim Speicherober abspeichern. Und dann war's das auch für heute. Dann werde ich mich zurücklehnen. Dann werde ich noch ein bisschen Final Fantasy XIV Misions shoppen. Ähm... Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye! Oh ja, das ist mir nicht da. Bis zum nächsten Mal.